Soll ich eine Begrüßung machen? Ja, dann mache ich mal eine Begrüßung. Hallo Leute, wir spielen heute wieder Battlefield 4. Nein, das war extra gemacht. Wir spielen heute wieder Battlefield 4 und zwar auf der Map, wie heißt der Damm? Langkang. Langkang Damm. Langkang! Und zwar im Squad Deathmatch. In meinem Squad ist der Micha und der Micha und Fabrice ist aber auch da. Okay, auf dieser Map ist Schrotflände definitiv für den Arsch. Ha, ich hab dich getötet, du Kacknoob. Was? Ähm, der Alex ist dabei, Fabrice ist dabei, ähm, und ein Abonnent von uns ist dabei. Genau. Der ist in meinem Squad, der Ruhrpott9456. Dieses Squad Deathmatch ist richtig scheiße. Nur am Campen. Oh Junge, Alter. Ich bin jetzt bei Alex im Squad. Sehr schön. Mein Ohr juckt. Da oben sitzen sie wieder auf den Häusern, auf dem Dach, Alter. Wie dumm ist das bitte? Ja? Was soll ich dazu sagen, Mann? Ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß. Keine Ahnung. Richtig armselig, ey. Richtig armselig. Ach, komm, das gibt's doch nicht, ey. Oh, von hinten kam jetzt auch einer. Mann, so ne Scheiße. Zwei sogar. Verdammt noch eins. Ich glaub, ich... Ich glaub, ich raste aus. Inkompetenz pur. Kann man sich doch nicht geben hier, du. Ey, Mann, mit Profis arbeiten. Ich hasse diese Hate-Leute jetzt schon irgendwie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hate sie. Hate. Hähm. Alter, wie ich ihn nicht getroffen hab. Ey, wie die schlucken. Diese Hate Typen ne? Unglaublich. Das ist einfach... Unbeliebbar. Kein Götzen, Candy Stoff. Du kommst rein und bist gleich wieder tot, ne? Was geht hier ab, Alter? Was ist hier los? Das ist wie bei D-Day, ey. Instant down. Ruckel, ruckel. Alter, mach Platz. Boah, Alter. Uncool hoch 15, schon wieder. 3-2. Mann! Was ist los? Ich zieh mein ganzes Magazin drauf, er dreht sich um, gibt mir einen Schüssel und ich bin tot. 2% hat er noch. Scheiße, ich wollte dich gerade reanimieren. Du bist wahrscheinlich jetzt ja einfach nur Superman. Mecha, du kleiner, kleiner Wicht. Kleiner Mistfinger, ey. Du kleiner Wicht, du. Hast du mich gekillt, du. Kleiner Kack-Schnüffler. Du Kot-Nascher. Oh, ich wollte gerade Ruhrfurt wiederbeleben, ey. Bin direkt immerhin gestorben. Junge! Oh, jemand wollte mich wiederbeleben und ich bin direkt wieder gestorben. Warum killt ihr ihn denn nicht, wenn er da rumrennt? Ist er irgendwie voll geistig da neben der Spur? Ja, genau. Ohne Witz, ne? Ich glaube, es geht los hier. Ich glaube, es geht los hier, ne? Das ist ja die Oberscheiße, ja. Das reicht's. Ey, die schlucken so viele und ich nur einen Schuss, Mann. Was soll denn das? Ich rasse da richtig aus. Ohne Scheiße. Ah, wo sind sie? Shit. Nein! Oh, jetzt hat er mich gemessert, dieser Was hier abgeht, ne? Ich hab gerade mich und von hinten mit der Shotgun gegeben. Das ist ja nicht mehr feierlich, ey. Das ist... Scheiße. Schon wieder wurde ich gemessert. Ey, das geht doch nicht. Ha, ha, ha. Den Maul. Jan wird gern gemessert. Wird gern gestochen. Das war auf dem Drehspiel, ja. Ja, mit dem Squad-Team des Lash-Server sollten wir uns das nochmal überlegen, was? Oh, ja. Box ich gerade sowas von null. Vor allem, wie schnell ich tot bin. Das ist doch nicht normal. Das Problem ist, dass es einfach von allen Seiten beschossen wird. Jetzt ist es vorbei. Jaa, serious. Serious. Was ist da los, Junge? Gotthelmatch, Alda. Ich spawn und krieg direkt aufs Maul, ey. Da fliegt in die Granate. Was scheiße, du Bastard. Richtig am Abgehen hier. Das ist sowas von... Ey, der ist schon wieder auf dem Dach, dieser elende W***, Alter. Gott, Gott. Im Himmel. Geheiligt. Werde dein Name. Scheiße. Mann, das gibt es doch gar nicht, Alter. So eine Shit-Scheiße. Verdammte Kacke. Lol, ich habe ein Messer gekontert. Wie geil ist das denn? Ja, mit F, ne? Oh, yeah. Habe ich auch schon mal gemacht. Der kotzt jetzt. Funktioniert aber nur, wenn er dich von vorne messern will. Ja, ja. Ja, Alter. Ich habe voll drauf gehalten und du wirst mir einen Schuss nicht zum Tod. Ja, das war eine Shotgun. Ja, toll. Du bist jetzt nicht über die Shotguns, ne? Ja, das ist doch klar. Ja, ja. Reich ist recht für alle, das kotzt mich an. Mama, kotzt mich an, Alter. Wer drauf steht. Ich stehe da drauf. Ach, zu Gott, das kann sich kein Mensch geben, ey. Na doch, es gab ja schon ganz geile Runden. Ach, Bullshit. Liegt doch nicht. Mein Gott. Toll. 6 zu 8. Nur Ruhrfahrt ist ja dann schon der Beste, ey. Kranke Scheiße, Junge. Ja. Ich glaube, wir können gleich nochmal eine Runde aufnehmen. Wir haben nämlich erst 9 Minuten. Ja, stimmt. Werden wir aufgenommen. Logisch. Muss die Öffentlichkeit dieser Schmacher tragen, ey. Furchtbar. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Stimmt, werden wir aufgenommen. Dann entschuldige ich mich in aller Öffentlichkeit für meine Ausdrucksweise, aber ich bin gerade voll enraged. Und nicht nur du. Rage-Modus on! Gott! Entschuldigung, das war gerade ein Gefühlsausbruch. Also, wer bei dem Spiel ruhig bleiben kann, dann? Ja, das sind irgendwie immer zweimal dieselben Apps, hab ich so das Gefühl. Das war erst zweimal Savot und jetzt zweimal die Scheiße. Ah, damn. No Camper, oh bam. Bam! Ist klar. No Camper, hey, no Camper. Was ist denn ein Dreckserver? Sowas wird auf unserem Server dann rigoros geahndet, ey. Aber es wird's bei uns nicht geben. Da werden wir kicken, was geht, ey. Oh, was wird das nicht geben? Da dürfen wir dann nur wir campen. Oh, scheiße, ich hab gerade die Konsole geöffnet, außer wem. Ich hab' mir gemerkt. Oh mein Gott. Ja. Ja. Oh mein Gott. Fick dich. Der Shotgun hat ihm kein Damage gemacht, oder was? Ja. Schon? A.I.K. Paddy hat an, Paddy hat an. Dieser Spacko. Paddy hat an. Rupport spielt A.I.K. Definitiv. Halt Paddy, du hast an. Er kann uns jetzt nicht widerlegen, wenn er nicht reden kann. Leute, wird schon wieder getötet. Er kämpft da oben wieder. Der Ibu, Bill, Xephon. Was, der Ivan? Der Ivan. Der Ivan kämpft. Na, ich bin auch schon froh, wenn ich die A.I.K. freigestellt habe. Die rockt. Die rockt. Wie kann er denn drei Schüsse mit der Shotgun überleben? Ist doch nicht normal in diesem Tricks-Game. Ist grad wie über Battlefield 3, ey. Ich schlug gar nichts und die Gegner wieder 10.000. Schüsse von dem Tricks-Zeit. Ich schluckst du da ständig. Ja. Hab ich von deiner Mutter gelernt. Was stand bitte? Mist. Scheiße. Ich hatte vorhin eine Granate erledigt. Rätzen, bitte. Rätzen. Alter. Ich glaube, ich habe dich erledigt. Kann das sein, Jan? Bester Mann hier. Ich glaube, ich habe dich erledigt gerade. Ja, Ruri hat mich aufgehoben, Paddy. Scheiße. Wie kann er nur? Ich wurde wieder getötet. Vorsicht, da ist einer, Paddy. Vorsicht. Kommt wieder hin durch die Tür. Okay, der rennt weg anscheinend, oder? Nee, noch nicht. Ich glaube, er hat dich das einfach nicht. Warte, bis Paddy wieder eingestiegen ist, weil er hier der einzige kompetente Mann ist. Läufe, ich einfach nichts treffe. Alter. Wie ich einfach nichts treffe. Halt dein Maul, Alter. Schlimm halt. Was hast du gesagt? Du Oma, haben wir noch gehört? Ich ging da. Krass, aber auch gerade nix. Ey, das ist furchtbar. Oh Gott. Michael wieder am Hecklitschen. Oh mein Gott. OMG. Was? Der schreit da rum. Schawool. Ha, yay. Danke. Da hat mich gerade einer von Messern bewahrt. Schä. Buhl. Ach, scheiße, hier ist nur irgendwo einer. Da hinten. Da hinten geht einer rum. Hier hinten, bei den Betonplatten. Man guckt einfach immer in die falsche Richtung, ey. Diese Hate-S***, Mann. Danke, Pally. Oh, fuck. Bin schon wieder tot. Wo ist da? Wo ist da oben? Hinter uns. Ach, ich habe mich beide getötet. Ja. Du sitzt da oben in dem Haus. Hä? Oh, ich habe auch mal ein Kill, ey. Geht's et? Verdammte Scheiße. Da haben sie mich erledigt. Komm schon, steck wieder einen. Oh, fuck. Oh, mein. Alter. Woosier. Woosier. Alles wird gut. Alles wird gut. Immer kurz Karabiner. Follow me, follow me, follow me. Oh, na toll. Die ganzen... Oh, wie unrealistisch ist das denn, bitte, ey. Ha, Scheiße. Ich habe gedacht, die haben noch getötet, aber nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So eine Scheiße. Ohne Witz, ey. Was geht da los? Was stimmt da nicht? Mein Gott, Alter. Das gibt es einfach nicht. Ja, das ist alles gerade etwas bescheiden. So im Großen und Ganzen. Ja, ich steige bei Dings an und Sterbe direkt wieder. Sehr gut. Ja, so eine Scheiße. Plag nicht, Kämpf. Was gibt's noch? Ich kann auskasten, Mann. Ich stehe mal zur Waffe wechselt. War da schon wieder der dritte Weltkrieg verloren. Meine Fresse, ey. Sowas nennt sich Elite-Soldat. Alter. Ha. Da schießt mich der von hinten ab. Da war ein ganzes Quad, wa? Und du musst mich von da hinten abballern. Komm, ey. Oh, ich wollte gerade Potti hochhelfen. Ruhrpott. Du hast dich gerade auf meinen Defi gewechselt. Da stehen noch immer zwei, ey. Du solltest nicht Ruhrpott nennen, oder sonst nennen wir dich irgendwann Potti. Ich meine, gut. Wenn du das gut findest. Potti. Oder Ruri. Potti. Ist in der Haus. Potti. 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 Patrick. Oh, Jung. Scheiße. Micha. Nein. Oh, ich war gerade total krass unterwegs und dann kommt's den Arsch von hinten. Meiser, Hans. Da heißt vermutlich Hans Meiser. Ach, komm, ey. Nur im Campen die M***. Von hinten, Ruhrpott. Oben die Treppe hoch. Wieder da war einer. Ich bin tot. Also ich liege hier. Scheiße. Können viele ausrasten. Die wissen einfach immer sofort, wenn man kommt, ey. Diese Hate-Typen. Ich glaub, echt mit denen stimmt was nicht. Ist ja nicht alles Hacker. Immer so. Oh, Mann. Die sind aber eigentlich so übertrieben, diese Typen, ey. Kapatti. Nein. Jetzt wurde ich auch noch gemessert. Fick dich. Boah, warum spawn ich den direkt vor allem? Von wo? Wie schnell ich wieder tot war, ey. Das ist so übel. Jetzt kommt mein Telefon. Sehr gut. Ja, ähm, ich würd mal sagen. Geran ist bestimmt die NSA. Die regt sich über deinen Scroll. Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschau.